Hallo, ich bin die Chrissy, ich bin 27 Jahre alt und ich komme aus Breisach am Rheinsch, an der französischen Grenze. Hab sieben Jahre in England gelebt, hab dort studiert, Performance, Gesang, Tanz und Schauspiel und arbeite in der Kleintierklinik Frank in Freiburg als TFA. Also als tiermedizinische Fachangestellte. Chrissy ist eine Krankenschwester für Vierbeiner. Hast du selber auch Tiere? Ja, ich habe eine Katze, die bei mir wohnt und ich habe noch einen Hund, ein Kaninchen und zwei Meerschweinchen bei meiner Mutter. Wow, ein ganzer Zoo. Da ist was los. Was möchtest du singen? Ich habe vorbereitet Highway to Hell von ACDC. Wow. Ja, dann lassen wir uns mal überraschen. Ich hoffe, es gefällt euch. Ja, das hoffen wir auch. Da bin ich auch gespannt. Wow. Ja, das war's. Don't stop me. Yeah. Yeah. Wow. I'm on the highway to Hell. Yeah. Whoa. Woo. I'm on the highway to hell. I'm on the highway to hell. Okay, danke schön. Was sagst du? Es hat super viel Energie. Ich hab richtig Spaß gehabt. Du hast alles reingeworfen, aber es war nicht authentisch für mich. Okay. Oh, Mann! Ich arbeite in einer kleinen Tierhandlung. Und da geht es um den Hamster und die Kätzchen. Und dann geht es da los und du lässt die Kante dermaßen aus dem Sack. Was war das denn? Hammer! Weiß nicht. Ja, ich meine, da ist was da. Und sehr überraschend, also im positiven Sinne. Danke schön. Tobi, wir müssen das zur Männersache machen. Es ist für mich ein Ja. Danke schön. Und? Nein. Ja! Rock'n'Roll! Das ist ein Recall. Herzlich willkommen bei uns. Danke schön. Das war ja lustig, ey. Die hat ja mal hier abgeliebt. Oh, Energie! Wow! Catwoman Chrissy darf am Ende dieser Folge im Recall performen. Dank Starproducer Tobi und Traumschiff-Captain Florian muss dann aber auch Countrystar Ilse von sich überzeugen. Halt, halt! Das Video ist noch nicht vorbei. Habt ihr Lust auf noch mehr Gesang und Musik? Dann schaut hier oder klickt hier, dann kommt ihr direkt zu allen Shows auf RTL Plus. Das Video ist noch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017